Musik 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 Das handelt sich um einen Sarong. Das ist ein Kleidungsstück, bei dem ein rechteckiges Stoffstück zu einem Schlauch zusammengenäht wird, der als Wickelrock getragen wird. Das Prinzip ist immer das, dass mit einem Auftrag von Wachs ein Teil des Stoffes reserviert, das heißt abgedeckt wird und ein anderer Teil offen bleibt und in einem Färbebad die Farbe aufnehmen kann. In diesem Fall sehen wir hier ein Motiv von Pflanzenranken und fliegenden Vögeln, phönixähnlichen Vögeln, die hier fliegen. Und man kann also gut unterscheiden, dass es hier eigentlich vier Farben gibt. Cremeweiß, warmes Braun, klares Indigo-Blau und Schwarz. Das sind aber nicht vier Färbebäder, sondern das sind nur zwei Färbebäder und das wurde also so hergestellt, dass der zunächst weiße Stoff in allen Bereichen, die weiß bleiben sollten und in allen Bereichen, die blau sein sollten, mit Wachs abgedeckt wurde. Und dann wurde, das kennen auch viele Leute, dass diese Wachsschicht auch noch ein bisschen geknetet und damit entstand so ein Krakle-Muster, so ein marmoriertes Muster. Und dann wurde das Ganze in braun gefärbt und es war in der ersten Phase eine Batik braun und weiß. Da wurde dann das Wachs weggenommen und neues Wachs aufgetragen und zwar immer auf beiden Seiten. Das ergibt dann eine fast perfekte beidseitige Musterreservierung. Im nächsten Schritt wurden dann alle Flächen mit Wachs bedeckt, die weiß oder braun bleiben sollten und es wurde blau gefärbt. Und dort, wo vorher weiß war, ist das blau blau geblieben, aber dort, wo schon bereits braun vorhanden war, ist durch die Überfärbung von blau und braun dieses Schwarz entstanden. Und so ergibt sich diese wunderbare Musterung. Und die chemischen Farben kamen erst Ende des 19. Jahrhunderts nach Java. Das heißt, wir können eigentlich sicher sein, dass es sich hier um Naturfarben handelt. Und diese braune Farbe, das entsteht durch eine Sogarindenbaumpflanze, die dann vermischt wurde mit anderen Pflanzen. Und diese Indigo-Pflanze ist eine Pflanze, die in Südostasien verbreitet war zu der Zeit. Jetzt leider auch sehr, sehr fast ausgestorben. Also es ist wirklich, gibt es jetzt auch Versuche, um diese Pflanze wieder so aufzuleben? Die gibt es ja auch in Österreich. Ach so, schon? Hier wird wieder Wald angebaut. Ach so, okay, okay. Was mir auffällt, Janne, ist, dass es eigentlich stilistisch eine große Diskrepanz gibt zwischen diesem Bereich hier, der so kleinteilig und naturalistisch ist und so viel Pflanzen zeigt. Dann wieder eigentlich auch die interessante, strenge Geometrie in diesem Strahlenmuster hier. Und aber ganz anders im Stil diese sehr zurückgenommene, reduzierte, abstrahierte Motivik in dem Bereich. Was ist da die Erklärung? Ja, also das ist ein sehr, sehr altes Motiv, also ein klassisches Motiv für javanische Pathik. Das nennt sich Parang-Muster. Und dieses Muster ist auch auf einem Schöpfungsmythos begründet, dass ein Sultan vom 16. Jahrhundert meditiert und dann eine Eingebung bekommen hat, dass er die Meeresspiegel so wellig sieht und nach dieser Meditation hat er dann das Muster gezeichnet und hat dann so anderen Leuten dann als Pathik-Muster aufgetragen, also so seine Untergebenen. Und seitdem ist es eigentlich sehr, sehr oft so benutzt in klassischen Muster und in klassischen Pathik und es wurde nur reserviert für Adelige oder Angehörige im mitteljavanischen Königreich. Und dieser Motiv, was auch auf Tumpal-Motiv genannt wird, ist zurückzuführen auf indischen Einfluss. Das sind diese Strahlen. Diese Strahlen, genau, ja. Und das ist auch ein sehr beliebtes Motiv, aber mehr im Nordjava. Und dieser Phönix und die Vögel, das weist eigentlich darauf hin, dass es ein chinesisches Motiv ist und was auch in Nordküsten sehr beliebt war, weil die Nordküste Jawas, die war eigentlich schon sehr multikulturell. Da war dann ein islamisches Königreich zum Beispiel seit dem 15. Jahrhundert und dann es waren auch viele chinesische Einwanderer dort und es kamen auch Europäer dorthin. Und dann war natürlich schon auch so ein Motiv entstanden. Und das heißt also, dass die Person, die das getragen hätte, eine Zugehörigkeit zu all diesen verschiedenen Kulturen für sich ausdrücken möchte? Eben nicht, weil dieses Parang-Motiv ist eigentlich reserviert für Adelige. Und deswegen durften ja die Einwanderer dann nicht benutzen, aber die möchten ja gerne, weil es so etwas auch ein, wie sagt man dann, dass man auch gerne benutzt, ja. Also, dass man dazu gehören möchte, deswegen hat sie das bestimmt hier machen lassen oder selber gemacht, aber zusätzlich zu diesem Muster hat sie dann Parang-Tumpal-Motiv noch dazu und diese Phönix und so darf sie dann tragen. Also, es ist ein Indiz, dass es von einer Frau benutzt wurde, die außerhalb des gesellschaftlichen Systems in diesem Königreich gelebt hat. Spannend. Und weiß man, wie dieses Objekt überhaupt in die Hände der österreichischen Expedition gekommen ist? Das kann man nicht so richtig identifizieren, weil in den Büchern von Dr. Hochstetter und Dr. Scherze, von den Wissenschaftlern, die bei dieser Novara-Expedition dabei waren, die haben nur geschrieben, wie viele ethnografische Geschenke sie bekommen haben von Königen, die dort in Westjava gelebt haben. Und die wollen so freundlich empfangen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie auch in Batavia auf dem Markt gekauft haben, ja. Also, das ist leider nicht festzustellen. Schau, Jani, hier ist eine alte Inventarnummeretikette dran. Zweimal steht die Inventarnummer 3683. Einmal auf den Stoff geschrieben, einmal auf dieses Kartonschild. Das heißt, 1860 ist das inventarisiert worden. Das ist sehr früh. Ja, das ist sehr früh, weil es wurde von Novara nach Wien gebracht. Die Expedition Novara war 1857 bis 1859 um die Welt gesegelt. Und auf Java haben sie einen Aufenthalt im Mai 1858. Also, man kann davon ausgehen, dass es dann von 1858 dem Novara übergeben wurde. Und natürlich ist der Stoff viel älter, ja. Und das ist wirklich ein sehr wertvoller Stoff durch dieses Alter natürlich. Und in Indonesien selber ist es auch schwer zu finden durch diese tropische, klimatische Bedingung. Das heißt, so frühe Stücke wie dieses gibt es eigentlich in indonesischen Sammlungen gar nicht erhalten? Nein, weil das tropische Klima wirklich so feucht ist und dann jeder Stoff von Textilien und so kann nicht so lange halten. Und das ist sehr schwer natürlich konservatorisch irgendwas da zu machen, ja. Und ich habe ja sehr oft über dieses Stück geredet mit dem Museum Textil in Indonesien und so. Und das ist unser Kooperationspartner jetzt. Und so ein Projekt mit Herkunftsländern heißt eigentlich so Sharing Heritage. Das heißt, ein Objekt, was so wertvoll ist, was in Europa ist, wird aber trotzdem im Herkunftsland, in dem Fall Indonesien, vorgestellt. Und das wird dann Workshops machen über diesen Stoff. Und dann bekomme ich natürlich auch viele Informationen, was noch nicht publiziert ist von den Leuten. Und vielleicht können sie auch mehr sagen über das hinaus, was ich bisher herausgefunden habe und so. Also das ist immer so ein Dialog. Und deswegen, solange wir immer so einen Zugang geben an Herkunftsländern, um Informationen über Kollektionen in Europa, ist es eigentlich, finde ich, gut. Geteilte Freude. Genau. Ja.